herzlich willkommen zurück zu minecraft mit dabei ist der liebe vatix aus vatix so an dieser stelle sind wir wieder zurück aus dem nether ich habe mein inventar noch knallevoll aber wir fangen jetzt dann gleich mal an mit einem kleinen projekt zu dem zweck wir versuchen zombie villager zu heilen dass wir am ende des buch reparatur von dem handeln können und wer sich weiß reparatur sorgt dafür wenn ich level bekommen dass mein schwert meine rüstung schild alles repariert wird meine ansage oder deine aktion nene da war gerade irgendwie hund reich ein hund das wollte ich jetzt ich wollte dieses ding da ja das wischst du von mir so ja leute wie tiger schon angekündigt hat das probieren jetzt aus weil es hier noch schnell auf mein essen jetzt habe ich wieder bisschen level you know what i mean jetzt mein hilfe ja könnte nicht schlecht sein wenn du mir fackeln holen würde ich wäre nicht schlecht ich habe doch welchen moment moment ich komme schön auf dem weg laufen leute er geht dann ja hallo fackeln ja einfach mal ein bisschen beleuchten ich habe inzwischen schon beschlossen was ich mache das wird schon nacht ja dann kommen lassen wir schnell schlafen ich komme die schläge hallo hallo ja ich habe gerade nicht rennen können dann hast du noch nicht war ich nicht okay ja und machen wir eigentlich mal hier ein bisschen was also ich würde ja mal sagen ich fange schon hier unten an das ist ja so wenn die weiß ich schon aber der recht du ich glaube ich glaube du stehe schon beschossen ne ich habe selber geschossen achso ich dachte schon es wird scharf auf ne 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 geschossen ja was machst du jetzt hier schön man wie hier ich coeur es ich hasse es sagen wirre hund was Realme euch ja GibEM Zombies au glaub ich Vol下 ja wrap Jo, ich geh mal schauen. Am besten im Keller nachschauen. Am besten nicht bei Zauberbüchen, am besten nicht in der leeren Ruhe. Warum steht hier zum... Warum steht hier ein Bett? Dass ich schlafen kann, wenn ich unten was machen muss. So, aber bis jetzt nur noch mal glatter Stein. Ja, glatter Stein ist doch auch blöd, oder? Oder glatter Stein gemischt mit was anderem. Aber die Frage ist was. Wir haben nicht so viel. Der andere sieht das auch blöd. Wir hätten dann Diorit noch. Nur Diorit, oder? Ja, und ein Granit. Ein Granit? Ja. Oh mein Gott, was haben wir hier von der Ausweite? Ja, das denke ich mir auch. Ja, soll ich den einmal mitnehmen? Den Diorit? Hey, wo haben wir's? Guckst du jetzt da nach oben? Ja, Diorit kannst du euch mal mitnehmen. Und Glattenstein, oder nur? Äh, Glattenstein hab ich noch. Egal. Jetzt sag mal, wir haben doch viel mehr gehabt normalerweise. Warte, ich schau mal hier oben nochmal in die Kiste, ne? Ah, da polierter Granit. 30 Stück. Ne, doch mehr. Da ist ein polierter Diorit. Was gibt's hier noch? Glatte Steinstufe, bräuchten wir das? Äh, sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Brauchen wir ein Glas, brauchen wir nicht. Ne. Was ist da noch so? Ja, nichts besonderes. Äh, nichts besonderes, ja, wahrscheinlich. Lalalala. Nix besonderes, nur 15 Diamanten, oder? Ja, okay, so viel haben wir, glaube ich, gar nicht mal mehr. Wir haben noch drei Diamanten, wenn es hochkommt. Ist auch noch die, erwähnt. Boah, warte, ich guck gleich. Äh, kies, bababababab. Blöb. Okay. Also das meiste, was wir an Kirchen haben, sind Bücher ohne Witz. Ja. Die vollklatscht sind mit verzauberten Bücher, wo nicht viel bringen uns. Ja. Die nicht viel bringen uns wahrscheinlich, Digga, deutsch. Ja, die uns nix so viele bringen. Ach, schabetten eigentlich. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ja, ansonsten, ich kann welche mitbringen. Naja, ich mach welche. Ich guck mal, bei mir oben was noch eine Wunderkist noch so hat. Nein. Da darf man nichts. Noch? Das hast du doch mit Absicht gemacht, dass meine Spitzhacke gebrochen ist. Auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Wieso hab ich eigentlich so viele Äxte hier? Äxte, Äxte. Was ist die Märzler, Märzler von Äxte? Äxte. Ja. Digga, keine Ahnung, frag mich nicht. Die Britstufen hätte ich auch noch. Sollte ich nix? Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Machen wir mal schon so. Ähm. Ähm. Ja, Digga, was mach ich für ein Quatsch hier, was soll das? Weiß ich nicht. Warte, Goldapfel hast du. Äh, Goldapfel machen wir auch nachher. Ja. Okay, äh, was wollte ich nicht? Ich wollte eine Spitzhacke, ne? Ja. Hallo, ich hab doch vorne irgendwo eine Spitzhacke gehabt. Oder hat die mir jetzt Tiger geklaut? Nee, Tiger, dein Ernst, dein Ernst, dein Ernst. Da hast du eine Spitzhacke, ich mach mir einfach eine neue. Ich hab ja noch lauter Steinspitzsacken, die auch weg müssen. Achso. Nee, ich mein, dein Ernst mit klick, 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 klick. Ja, ich weiß. Das ist so nervig. Ein bisschen aufräumen. Muss ich da drüben sein, noch irgendwas machen? Oh, zum Glück. Hallo. Hallo. Ich hör nichts mehr, ich hör nur klack, 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 klack. Gefragt, ob ich hier noch irgendwas machen muss. Ich weiß. Äh, ja, Fußboden. Ach was. Ja, hier jetzt noch eins runter, oder wie? Nein! Die Höhe, ich hab das schon, ich hab das schon ausge... Warum hast du eigentlich vorhin hier alles ausgebaut und machst du jetzt nochmal? Äh, dass ich wieder rauskomme. Du hast vorhin hier die Komplette auf eine Höhle gebaut und jetzt machst du schon alles anders. Ist es. Lass es einfach. Hä? Na ja, alles gut, alles gut, der ja, kein Problem. Mach, mach, mach. Du hast vorhin hier, ich hab vorhin die Fackeln rein, okay? Ja. Ja, und du hast schon wieder alles geändert? Oder halt alles abgerissen, weil du irgendwas gemacht hast? Ich hab keine Ahnung was. Was? Ich hab die Wände gemacht. Und die Decke. Und ich hab dann wieder Fackeln rein, so wie es reicht. Äh. Warte, was haben wir jetzt hier noch? Granit, Granit, Granit. Granit, Granit. Kann du das hier? Wenn man nicht alles, was man vorhat, im Kopf hat. Na komm. 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 Faxen. Das ist poliert, das ist poliert, das ist poliert. Das ist poliert. Okay, das klacken schon. Junge, was machen die Kühe? Alter, dein Haus. Was? Meins. Nein. Ach, glaub hast du schönst von mir. Dachtest wäre effektiver, aber nope, das wars nicht. noch nie moment jetzt habe ich irgendwie scheiße gemacht so kommt hier einer hin der boden sieht doch echt reicht bei jedem in der höhle eine fackel oder ja und jetzt die glatten steinstufen oben da an die waren später dann ja mal später weil noch müssen wir wissen wir haben noch fünf diamanten james reich was soll ich jetzt ich wollte bücher normale bücher haben wir jetzt schon wieder unsere normalen bücher dachte wir hätten mal alles anfangen zu sortieren naja ich habe bücher gefunden ja ich habe holz gefunden mit so dann geht es weiter ja sonst ist auch ein bisschen dumm auch scheiße das war ein bisschen viel ich wollte ich mal eins ja mal gucken es wird schon wieder macht ja kommen wir zu mal kommen wir zu mal auf geht's ich habe nur gerade unten ein bisschen verschwindet was machst du unten pennen hast du eigentlich schienen schon noch nicht mal ich muss gucken was hat schiene heißen und starb warte städte habe ich doch erst ist ja da ist auch hier wie fehlt haben schienen reichen ich habe mal jetzt 16 schienen und wie viel lohrern brauchen wir eine reicht doch ja war eine schienen und eine lohrer habe ich okay 16 entschieden eine lohrer ja gut alles gut also ich finde wirklich wir müssen ja auch noch ein bisschen was an deko machen ja irgendwas an deko wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen ohne witz ich finde das sieht so nicht leer als so ohne gestaltung so finde ich ja ja alles gut was alles gut habe ich gesagt das habe ich gebaut ja dann auch schon stress mit mir anfangen dein aufgang machen wir mal noch was nichts alles gut erst mal machen wir das hier der aufgang oder was der aufgang machen wir mal treppenstufen aber zuerst schienen ja erstmal schienen müssen sieben stufen später mal ja jetzt brauchen wir sonst können wir die schienen nicht verlegen darunter ach so ja ja deswegen so erwarte ich sie haben mich ganz aus dem konzept gebracht brauchst du mir ganz egal schauen wir mal hin jetzt einmal hier rüber oder oder eins weiter rein wie war das jetzt äh ich bin drüben gewesen muss es jetzt bis zum eingang oder eins weiter rein weißt so so ja aber erstmal in die richtung ja und dann in die richtung noch mal in die richtung auch einen hin gut und hinten auch nächstes mal machen warte ich hab keinen bruchstein hast du einen bruchstein also ja 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 ich weiß noch an sieben habe ich mir egal ja ähm kannst du eigentlich hinten dann mal weitermachen aber hier machen wir erstmal den Hebel hin weil mit dem Hebel mit dem Hebel kann man die Weiche stellen ah jetzt sei ja klar stimmt ja 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 was wollte ich jetzt weiter machen da hane da hane da hane auch noch hin und da ja jawohl äh lesepult einmal will ich ja schon einmal ne ich brauche nur das lesepult egal ja wie schreibst du da jetzt was drauf gar nicht die äh dorfbewohner nehmen anhand dieses lesepult den beruf bibliothek an ah jetzt alter das habe ich aufgeschnallt äh unsere wollfarm läuft über was machen wir batiks wir haben zu viel wolle was soll ich machen sagen wir mal einen Volturm bauen und den anzünden ne schade äh ja jetzt loren ruten stock runter ja komm mal brauche ich die jetzt hin ja moin ach die halbe mal hier ja was drücken wir hier mal für knöpfe hier sag mal gibt es ja gar nicht ja darunter will ich auch nicht aber was mache ich hier für ein quatsch weiß ich nicht da frage ich mich auch manchmal aha doch passt noch also sieht das auch gar nicht mal so dumm aus ok sieht so aus wie so ein klotz in der mitte aber guck's mir gleich an also so schlecht finde ich es jetzt gar nicht so sieht das aus wie so ein minenschacht ok so ein eingang ja krass blöcke dann 2 nein ich bin nicht in die lobe nein schon wieder falschen knopf gedrängt ja was nein das werde ich auch nicht sag mal was ist denn heute los hier jetzt das gibt es doch gar nicht verbraucht ne einen haben oder was du füllst hatten wir nicht irgendwo niederwarzen äh doch unten wo ähm im keller beim portal linke kiste glaube ich habe ich ja will die ein eine rein ich hatte das eine die hat alle einfach aufgenommen roter pilz und kam es hin pilz dann muss es rechts sein da ist der wirrpilz noch da ist brauner pilz und niederwarzen block oben ich meine wir haben doch mal niederwarzen mit ja die sind bestimmt oben doch doch die hast du doch mal äh dinge hast du die nicht mal an nein die hast du nicht dann bin ich selber blöd oder wir hatten gesagt baue dich da oben hin sind auch keine guck mal oben auf dem dachboden ob man da nö 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 halt oder ein kosch jetzt dahinten ne dann zack nö dann nehmen wir zum aushalten ne ah die kühen die gehen wir auf den zack echt wahr nein wir haben gesagt doch er aktiviere dich hab ich gesagt war hier runter oder was sieht dann nicht schlecht aus oder so wie es steht aus wie mine eingang mit der lorik auf dem optischen wenn sie nicht gefällt ich kann es gerne ändern so ja nicht lass mal so wir können nachher immer noch optisch schauen ja aber patix an dieser stelle wir brauchen nicht erwarten keine ahnung ich suche mal ob man die irgendwo rein haben keine ahnung ansonsten gehe ich kurz in den neto und holt eine neto war zum pflanzen ein bisschen an das ein bisschen formieren aber an dieser stelle wenn es euch gefallen hat gebt einen daumen nach oben wer neu auf dem kanal ist abonnieren und aktiviert auch die glocke dann verpasst du kein weiteres video mehr und schaut beim batix vorbei link ist wie immer in der video beschreibung an dieser stelle ist servus